Für ihn scheint alles in slow motion zu sein. Da ist keine Nervosität. Tito de Real Madrid geht immer im Rhythmus von Toni Kroos. Ich hätte null Probleme, wenn Felix jetzt bei Real Madrid spielen würde, Weltmeister wäre und wir einfach die Rollen tauschen. Ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.